Ich starte, weil der gewissen hätte man ein neues Spiel war, wenn er jemand unter will sein Berlin. Woah der erste Mann haftisch Mann! Wischben jetzt noch der erste Spaß? Der einfachste das Quaier auf der Welt preached. Sehr ehrlich. Nein, 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 nein! But dann hast du Doppelsch debido gemacht. Und Miss Ин Greer gemacht! Was hast du mit ihren Doppelschieß 개인 PA мир gemacht? machen kann es dreifach schussbogen benutzen die idee das die king und schiff dazu und das ist illegal ist ja eigentlich schon und der dmw den mann wird eigentlich in den dieren gewonnen Das ist der Schluss, was? Die Menschheit hat nie das Spiel gespielt. Ein arme Jung. Drei Streamer hat Bigger Man. Hey, man, du schwer, das ist auf der Freckgang. Die Ehrenlosung. Doppelschiss-Krone. Was für Doppelschiss-Krone, Jung. David. Ich habe noch einen Schwert in dem Jungen. Egal, wenn es zieler ist, wie bei einem Bus. Den Bus, wo ich zieler werde, sind gar nicht. Haftig. Egal? Ja. Ich habe noch ein anderes Schwert. Ich habe zwei und zwei, ja. Ich habe mir YouTube vier geschlagen. WTF habe ich mir YouTube vier geschlagen? Das ist ein Zelda, born to be wild, Jung. Halt den Maul, mal. Das ist knellig. Schellig. Oh, du musst alles gut darts schon, du. Halt den Maul. Da fängt mehr geheilt. Das ist ein Kopf, wie weit. Das geschieht so wie der Pols erbrill. Ja. Na ja. Ich wollte gerade sehen, dass du siehst, dass du ja. Das gibt man für den Polen vergewaltigt. Halt den Maul. Na ja, tschüss, tschüss. Ich habe meine Kindheit mit der Gestalt. Das ist mein Kind. Das ist mein Kind. Ich freue mich. Ich habe ihn über den Haul geschockt. Ja. Ja. Jung, was ist los, Mann? So, warten nicht rum, bis sie mühfaches Gebet. Das kann nur mein Zeitschern dauern. Ja. 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 Ich weiß nicht. Ja, ich will nicht wissen. Ja. 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 Ja, ihr wollt wissen. Da ist es ein wenig, was ich kann. Ich bin schon mal dran. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Ich bin schon immer mehr in der Reihe. Ich bin schon immer mehr. Ich bin schon immer mehr. Ich bin schon immer mehr. Was ist denn das so krass, Franz? Ja, schon. Ja, ja, ich lasse das heute. Oh, putain, nur in die Höhe! Oh, was ist das denn? Oh, das ist das denn? Oh, das ist das denn? Ich lasse das, wie schön, haha! Ich weiss das! Chier, sagen Sie einespiele Unterrollen. Ich hab schon immer gern hier, wenn ich nicht versteh'n. Was ist denn jetzt, man? Haha, ich spiel' gegen keinen, haha! haft ich mich ich hab gerade mit Ganon gespielt, das ist einfach so krass ich spiele gerade, ich ziehe Ganon, ich muss nicht ich spiele gerade, ich spiele gerade ich hab die BZB2, ich hab die BZB2 ich hab die BZB2, ich hab die BZB2 ich hab die BZB2 ich hab das Pol, lol der Leiton auf Ganon 2 und wo Animal Crossing aus schon rauskommen, bruh guck hol fuck me boah, ich kann nur Panne, guh, man ich zieh den für den ganzen Tag mit, geil aber mein Schluft rücken, das ist sowieso so rum der Panne reicht ja normal um 19 oder so ja, mach, und ich schieh auch ich kann nur meinen 2 und schon ok, 1, 2, 2, 2, ich lass mich die Sachen packen du musst den scheiß Schluft rücken, ich sag aber gepannt ja, ich weiß nicht, aber hier ist das ich weiß nicht, aber die Sachen packen ja, ich weiß nicht wie die Sachen packen das hat uns nicht langsamer Köpfen ich weiß nicht, dass das grüßt vielleicht ist das ich weiß nicht, das ist coming ich weiß nicht, das ist okay OH MY GOD, ich weiß noch nicht wie ich weiß, wir nicht, wie anders wie ich weiß noch nicht das ist das war NEE! NEE LINK! NEE! Link! Please! No yelling! Link! Pardon. Link! Okay. Dann, ich habe mein Server von der Beste, low von meinem Gehraubung. Also, eine Beste, jetzt auf den Beste, denn… Also, versuchen wir selber. Und schaffst du, dass du guckst und dann… Franchise...von jedoch ein bisschen zu viel, um dich zu unterstützen. Die du dröscht, Monsieur… ja. Wie ist dein Dechstimmen? Adieu. Naja, das ist ja gestürzt mit der Rimmgebühr, Junge. Ja, wuss. Moin. Alles da. Heute müssen wir über ein sehr bestimmtes Problem reden, über meine Schwangerschaft. Alles da. Was ist denn der schlimm Ding, das ist wahrscheinlich Witz. Um, es ist ein bisschen. Ähen sie schon nicht. Davuld, im Kopf, ja, ja. Hopp, nicht weg. Oah, ja. Davut, der scheiß auf Rütt. Lass mal. Davut, der scheiß auf Rüttl! er ist schmerz, der sich spielten. Davut, der scheiß auf Rüttl. Oder Smasch. Smasch, Pus. Es ist ein Garno und die Geschichte. Ich weiß, vielleicht kann ich den Polio auch die Gabo. Все gabo, wir haben die Gabo. Ich bin ein Gabo, die Geschichte. Ich bin ein Garno, ich verstehe. Ich hab sie nicht geguckt. Ich kriege die Tat zu ihm. Ich hab sie nicht geguckt. Nein. Die Glocke macht es für uns aufgrund der Politik. Die Glocke macht es für uns aufgrund der Glocke. Ein anecdotisches Filmpfang. Es ist so cool. Es geht aber so rar, es ist kein Hure zu. Es ist halt ein Orkasmus-Gutel, ich meine. Die Junge hat mir nur gefickt. Wen? Hip, 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 hip. Ey, ich bin der King. Komm rum, Monsieur. Ja! Fick dich. Haaa, du fühlst schon wie fucking Kante den Bastog. Du hast so krass, Fremd, joh. Lachen nicht. Lachen nicht. Jo, eigentlich schon. Lachen nicht. Na. Ja, das ist ein Problem. Ja, das ist ein Problem. Das macht keinen Sinn. Rita, es ist ein Knäu, wenn sie eine Hand hat, das nervt mich. was ist eigentlich ein Knife. Hip, van, Compilation 1. Aaaah, du meinst... Nein, war das ein Knife. Es ist ein Knife. Ja, mach schwer, bei ihm. Und was ist er am Ende? Das ist irgendwie sad Bei mir ist das immer allmensch, du Was ist denn selber noch bei Dado? Hä? Sabo? 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 Sag mal, Mann Was willst du? Da, Mann, dieses Schein Oh, Jan, dann darf ich mich schon Komm, raus Ich bin hier und so Ich hoffe, es geht nicht Ich hab' nährendus hin, der ist so Hallo? Hallo? Ja, das sieht scheiß, geil Denn David kiegt euch die ganze Zeit, egal Ich stelle bei den David hessrich, forums er schon lang Das ist ein bisschen so süß, aber so geil. Das ist alles wundern. Und es ist schon im Hotel selber gespielt. Ja. Nein, schon lange schon ein Piz. Das war immer teils. Okay, schlafen. Ich bin schon so süß. Das ist schon ein bisschen so süß. Das beliebte und gefeuerte Ghostbusters-Videospiel ist zurück. Ghostbusters. 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 Das war selber rauskern, ja? Was ist denn das gekürt? Manga Artist Hajime Isayama revealed his inspiration, BBC News. BBC News is not for fucking dingus. Manga Artist Hajime Isayama revealed his inspiration, BBC News. Now. What's make a good Zelda dungeon? Ding, Mom. Wieso kommt man scheiß Manga auf hier geschlug? Oh, pardon. Weil es die Polis hieß. Okay. Aber wie ist die Polar-Blue? Ich greif hier immer mit aller Kraft an, Mann. Was soll ich noch machen? Soll ich da eine Luft lassen, oder wie? Link. Oh mein Gott. Link. Wach nicht auf, weil du nervst mich. Link, stirb. Link. Link, stirb. Bitte wach nicht auf. Ich wurde nur gezwungen, von Galen dich aufzuwachen, dass die Nintendo-Community irgendwas hat, womit sie sich vergnügen können. Okay. Okay, endlich kann ich nur gleich auf dem Campen, bis ich so lange auf dem Moment gewartet. Mama, was mein Mensch kann, ich freu ja lohn. Geh mir wasch mit dem Scheiß. Guck, wenn das so cool lull. Das affickt mich grad. Digger. Das ist mich gefickt. Hä, so Twitch-Con, äh, äh, Coronavirus-Twitch-Con auch abgesagt. Hä, dick geil, wie braucht Twitch? Alles geworfen gesucht. Hä, hab ich den Schönen aufgesucht? Du möchtest dich nicht davon sterben. Ja, da hängt es so. So weit denn alles ist ja so, dass man den Lächeln, den der Zoo mischt. Jung, näsch, gib euch. Sie speisen uns in den Gesicht, das ist der Coronavirus-Pitier. Wie ist das? Ey, warte, pff. Ich war vom Pier. Ja, wie geht denn da noch? Ja. Das ist schon wie ein Katz. Also, wenn du deinen Katzen mischst, dann geh bei dem Doktor. Ja. Boah, so fühlt ihr mich jetzt wegkommen. Ja, hier ist nur quasi. Pool. 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 Ich glaube, es hat lup, jung. Ich glaube, es hat lup. Es ist nur schon kurz, äh, ein bisschen Beatbox, okay? Dort, drei, zwei, ptz, katz, ptz, katz, ptz. Ich muss kurz rauskommen, okay? Ptz, katz, ptz, katz. Okay, komm, schau, ich zieh dran. Hä, das sind drei Tings gesungen. Hey, ja. Ja. Ja, also, es ist immer kotftig, Spaß. Da werde ich nicht so mal hinst, jung. Fertisch, fertig, fertig. I have this. Ja, du, ptz, katz. Ich will noch auf andere Schublogin, die von Elb kommen, ok? Ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann verstehen, ähm, Leute, die Stimmen holen, ok? Da wird es geglaubt, nicht lang, die andere von Elb kommen, ok? 3, 2, ok. Also ist doch wieder was, wie immer was? Das ist ja gerade PewDieBoggin, all die Mouth. Ah, die Hurensohn. Ahja. Zeig aus jetzt, Mann! Ich will noch eine Chance, bitte. Was machst du? Das ist mega der coole Beruf, oder? Also, keine Ahnung, ob es schmeckt. Saukosa schreien! Ich mach eine Chance! Ich mach eine Chance! Ich mach eine, ähm, 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 äh, Filorgin, ok? Cool. Ähm, 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 äh, Filorgin, ok? Irgendwie klingt kapital bra aus, so bisschen wie ein vorbeifahrendes Auto, oder? Nee, aber dringlrein, irgendwie, ne? Ich mach eine Chance! Ich mach eineつf! Ja, du vinst! Ja, du vinst! Ja, du vinst! Ja, du vinst! Hä, Maiar? Ich hab ja schon kapital bra aus und... Attack! Ich hab schon viel lauter Nein, 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 ich hab schon gebeten Ich hab schon gebeten Ich hab schon gebeten Wie Kapan? Ich kann doch Amina im Gino, okay? Eigentlich kann Wir sagen Godzilla Schwaz, was ist irgendwas? Egal Ich glaub, ich glaub es einfach nicht Ey, da wird doch der Hund in der Falle verrückt Hört ihr denn, wenn ich... Wird ein Hund an der Panne gegrillt, oder? Ich glaub, ich glaub es einfach nicht Oder wie... Das Wort Quarantäne wird für immer mehr Menschen Jetzt zur Realität Nicht nur in Italien, sondern auch Hier in Deutschland Das ist nicht, by the way Zerstörte Freundschaften seit 1992 Hey, wen? Mario Kart Am 10. März ist Super Mario Tag Und seitdem gehört Zerstörte Freundschaften seit 1992 90 Helm ist er verrascht Mama! Miefaggebet! Ich heule dich! Link! Link! Eis! Komm! Komm! Komm, kleinen Huren Sohn! Nicht speizern! Schon ein bisschen irgendwas Ne, ehrlich Schon ein bisschen irgen Mensch Ich bin Samantha, ich bin 20 Jahre alt, komme aus Berlin und ich bin von Geburt an blind, kann aber noch hell und dunkel sehen, also wirklich nur das Licht. Hallöchen, ich bin Ben, 14 Jahre alt, sehe auf dem linken Auge 30%, auf dem rechten Auge. Wenn jemand 15 Meter von mir entfernt ist, kann ich zwar erkennen, ungefähr, was er anhat, ob derjenige gerade irgendwas spricht oder nicht, oder ob der Mund einfach zu hat, was für mich nicht erkennbar ist. Mein Name ist Hannah, ich bin jetzt 37 Jahre alt, mein Name ist Hannah, ich bin 50.000 Jahre alt, ich war im Alten Reich. Die Mitschüler in der Schule sind ziemlich böse gegangen, also die haben mich halt immer gemobbt, auch die Sehbehinderten haben mich immer gemobbt und teilweise so die Stühle unterm Po weggezogen, dass ich mir auch die Nase mehr so geprellt habe, das hat geblutet wie verrückt. Als man dann so 11, 12 wurde, hat es dann langsam damit angefangen, dass die Leute meinten, ey, du kannst nichts, weil du so lahm bist und noch andere, schlimmere, unschönere Dinge. So was hält man nach anderthalb, zwei Jahren dann irgendwann nicht mehr aus, das tut einfach ne. Ich stehe ja nicht morgens auf und denke, Gott, ich bin blind, jetzt wird es wieder schlimm, sondern es läuft ja alles seinen gewohnten Gang. Und dementsprechend hat er sich als einziges Leben nach der Geburt meiner Tochter wirklich zu bewältigen, die Reaktion der Außenwelt. Da war ganz viel Misstrauen, das auch daher rührt, dass mein Mann auch blind ist. Und das ging so weit, dass sich tatsächlich nach, ich glaube, vier Monaten das Jugendamt bei uns gemeldet hat und gesagt hat, sie müssten jetzt doch mal kontrollieren. Sachen, die ich zum Beispiel im Alltag verwende, sind auf meinen beiden Laptops, einer für Zuhause, einer für die Schule, ein Zoom-Programm. Oder wenn ich etwas lesen muss, was in Büchern steht, habe ich hier eine Lupe, die vergrößert halt, wenn ich es auf den jeweiligen Punkten liege, was ich lesen will. Mein aller, aller wichtigstes, bestes und liebstes Hilfsmittel ist meine Mobilitätshilfe hier unten. Ist auch mein teuerstes Hilfsmittel, Gott sei Dank von der Krankenkasse gestellt. Zwar ein Hund kostet, schwer zu sagen, aber Pi mal Daumen 25.000 Euro. Das könnte man sich selber absolut nicht leisten. In meinem Alltag unterstützen mich mehrere Hilfsmittel, also mein Laptop. Okay, ja, ich höre sie sich kurz in Landerbehindern oder die Kegel zu. Von Schabbes rassistisches Interviews, man. Wieso guckst du die Scheiße auf dann im Stream? Ich guck schon so wenig... Was ist das? Guckst du die Scheiße auf dann im Stream? Der Toffelfunk! Wenn ich meine, ich schieße von einem Soundtheater, das kannst du dann nicht bei mir können. Wer ist das? Wir erleben, wie sich das Virus von China aus über die Welt ausbreitet. Und das Virus ist inzwischen auch in unserem Land. Und es wird sich auch hier weiter ausbreiten. Das heißt aber in keiner Weise, dass alles, was wir in allen Ländern dieser Erde und auch in Deutschland zur Unterbrechung der Infektionsketten mit Quarantäne-Maßnahmen bislang gemacht haben, in irgendeiner Weise vergebens gewesen wäre. Oder dass es sogar egal wäre, was wir unternehmen, weil das Virus ja sowieso nicht mehr gestoppt werden kann. Es war und ist überhaupt nicht vergebens. Und es war und ist nicht egal, was wir tun. Warum nicht? Seit Jahresbeginn haben wir es mit einem neuartigen Virus zu tun, das sehr ansteckend ist und gegen das es keinen Impfstoff und auch noch kein Medikament gibt. Und in einer solchen Lage, das erklären uns die Fachleute des Robert-Koch-Instituts und viele andere Wissenschaftler wieder und wieder, ist das wirksamste Mittel gegen das Virus der Faktor Zeit. Gerade auch, um die Überlastung von Ärzten und Krankenhäusern zu vermeiden, die entstehen würde, wenn immer innerhalb kürzester Zeit sehr viele Menschen gleichzeitig wegen Corona zu behandeln wären. Mit anderen Worten, das wirksamste Mittel gegen das Virus, um seine Ausbreitung zu verlangsamen, sie also über einen längeren Zeitraum zu strecken. Denn doch, das müssen wir neben Corona beachten, immer auch mit Menschen mit anderen, dass wir sie hier merken. Und hier merken. Wir erarbeiten uns als Wert von Zeit, weil sie, der auch die Wissenschaft verbrauchen kann für Medikamente und ein Impfstoff. Guck dir sowieso aus, du blöder Urführung, weißt du, real, mit Daumen kannst du schon raus verhalen. ...den in den nächsten Monaten, vielleicht auch erst im Herbst und nächsten Winter benötigten zusätzlichen Bedarf an Schutzausrüstung für medizinisches und pflegerisches Personal und für die intensivmedizinische Bettenausstattung in den Krankenhäusern aufzubringen. Zeit, in der auch jeder Einzelne von uns lernt und auch erst versteht, dass es genau so schön ist, als wir es heute gemacht haben, Menschen zur Begrüßung zuzulösen. Hallo, ich kann nicht sagen, dass wir sowieso auf ein rücksichtsvolles Verhalten gegenüber unseren Mitmenschen mit etwa Abstand und ganz besonders bei uns und Niesern. Wir haben ja so viele Begrüßungen gesehen. Fazit? Nichts von dem, was mit Quarantäne und Hygiene und uns ist so gut, dass wir uns in den Ehe ausweiteren lernen wollen. Das ist okay, Angelaschen, verstanden? Angelika Merkel! Ich gehe nur bei Degano und ich weiß nicht, wie sie ficke, jung. Aber sie sind drei Lasche. Fairherz, das Beecher und Gudo. Kuss. Ja, Baby, komm, in, buddy. Baby, komm und, 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 komm und. Ja, Baby, komm, ich kriege Lopanagang. Hä? Was? Emergency 911. Was für Emergencies? Ja, Baby, alter, bitte fressen. Sie, Marie, ist gerne und bleib in meiner Essen. Ein junger Mann, in sich ein Tee eingewiesen, weil er keinen solchen Medi-Account hat. Hey, dickseits. Hey, we'll close my word, you can't hold on that. Spritze kostet 1,9 Millionen Euro. Martin Mittler kämpft für einen todkranken Ben. Eins Jahre. Ach so, jetzt ist er schon 80 Jahre alt, ich hab noch. Hey, Pro, war so viel zu krass. Aber der Geburtstag feiert nicht. Der Geburtstag feiert ihn. Das ist sad, die Witzelgeier. Hat sie ihn noch? Mei? Mei? Mittlerweile geht es in bar. Auch ihr seht. Keine Wahl, da mir guckt. Seitdem ich hier ne Zimmer auf Instagram gesehen habe, wie mir gewonnen hat, wie ich nicht. Nein. 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 Hiep, hiep, hiep. Nein, hiep. Hipe, hipe, hipe. Ah, ja, David, ich glaube es hat Faul ist bin wenn ich gerne aber die One Heat mache, wo es je so来. David? Was hat�? Wollt' ich mal das war die mathematik gefahr first 3 fast ich schwöre ich noch nie geschwöre kurensohn aber ich pinguine betreiben manchmal positionen in dem sie im austausch gegen kieselsteine sexuelle handlung die verheerung ganon wurde bezwungen das ist wie im zirkus aber die fanden auch noch zu sch- ich suche hier was das hat doch nicht gemacht das hat doch nicht gemacht axel ist wirklich suchhaftig übergewieschtig ja ja guck das schon du siehst mehr pinguin mal prostitution und jungen, wie immer was? Ich habe es mein Herz, mein Herz, mein Herz mein Herz, mein Herz mein Herz, mein Herz mein Herz mein Herz Link schlägt den Garnon BAM! 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 Na! Lenk! 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 Als ob die linke Pokémon geht das Big Grunsch wird zerbisst gleich Herr Schickser NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN das ist wie fast gebeten du es geht das kippt gesicht wenn wir dann brauchst du für die scheiße buch ganz lieb lang ich hab schon fucking gar nicht besiegt gar nicht schwere der ball ist cool am stream an die kannst du gesehen weil schon übrigens schwanz fehlen schabanz link negatoren der erne geboren und zählige male zerstört und seien zählige male wieder überlebt die fleischwerdung von zorn und hass sie verlangen wieder zurückzukehren macht ihn rasend wenn es ihm gelingt wird die trauride von hundert jahren harmlos wirken hätte kürt fleisch geworne hasse dämonen bestie gano steffern bitte wie zwischendurch dämonen bestie gano reuten ne ich meine um fatte schwein wusstet du zum schluss aus dem ankampf kreis ach so und schon gerade kleine spoiler gehen mein bruder hat das vergewollt ich kriege gerade so scheißperlen aus dem stall den link scheißpfeiler johann ich bin immer mein mein du den link ich wünsche dir glück schau das halt ob die scheißlichtding aber was die lichtpfeiler drauf fixen müssen nur gano dünns aber die hat mit fast gebiet zu machen verzerrte zack fertig zack fertig und dann die jahre weiter was schon häufig in der schule der fest wie ich beim garland Garnon, das ist auch ein normaler fucking Kampf, geil. Ey, Garnon, lauf nicht vor, geil. Ich muss euch dann umdrehen, umdrehen, umbringen. So, alle momentan bist du dann nicht fertig, wenn du willst. Ich muss mich noch kurz rum die Controller gewinnen, weil ich schon richtig mich gespielt habe, weil das was Schuhe ist. HEP! Jink, schon HEP gesucht, also mach. Schön. So, Pert, kommt mal kurz weg, ich muss auf der Olympics. Meine auch gerade HEP gesucht, also Hallewalt. HEP, 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 HAB, HEP, HEP, SETTEB, hör. Er leidet unter Schmerzen. Geh unter seinen Bauch und schieß ein Lichtpfeil in seinen Schwanz. Also, strategisch, gegen Garnon, gezuckt. Ist im Garnon. Ich hab einen Account. Äh, hab einen Account. Ich hab einen Account. Hab einen Account. Link, da weißt du, den scheiß Schwachstahl. Ich kann die Musik nicht auswandisch. Also ich kann sie auswandisch. Die Bus kommt für sie. Komm, ich verliere. Myfas Gebiet ist bereit, sobald du es brauchst. Ich bin ein Dämonen, bester, gar nun grad besiegt. Das war easy für mein Leben, ja. Du warst einfach scheiß. Ich will nicht gerne. Du kleine Spocken, stirbst du Corona. Ja, eigentlich rum. Ich will nicht so vermissen. Hanna, wieso hast du gar nicht? Nein, das war wirklich schön. Wer nicht durchgekickt? Was ist das? Waren, zähl wir für dich hochkicken. Wer hat's gesehen? Hanna. Oder durch, oder? Was ist das? Hä, hast du nicht gekickt? Wie hast du das? Was ist das? D.K. Max Alderson wurde komplett gesperrt. Hätt ich es. Ich hab gerne gesehen, als ich Doren-Trips habe. Das war's du. Nein, das war wirklich nicht so. Ich war gerne heute... Jung, guck YouTube. Was meine Cliffs? Miefas ist gebet. So, holt's dir das aus. Hängt mich. Miefas ist gebet, man. Soll ich schon lösen. Dass das Miefas gebet sich entschubt. So spät zu kommen. Ja, ich... Wie ist das? Lop. Ulla. Nee, also... Pool. Hallo. Miefas ist gebet, man. Ich hoffe noch, dass du mich beschützt. Hä? Mein... Miefas ist gebet. Oh, scheiße. Wir fangen zu haben auf der Hunde. Miefas ist gebet. Miefas ist gebet. Okay. Schau, die sind interessant. Nee, das ist da noch ein Thema. Komm, wazeln du machen? Kann doch wohl, wazeln du möchtest. Wazeln? Wazeln? Bötrze ist easy. Kann man für den Weg stehen. oh mein gott schloss soja du musst du musst du schon mal das elektro schützt du kauf also bedrohung und schweiß nicht ob da dein guter deal war? ne von nittan dann nicht badabada badada HET 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 das ist gut das ist das gehe ich noch als den schluss und es wird schnell verliehen nicht aus den augen ja wenn ich verliere was dann ich mache mengen angriffe wirkung mann ist so wie denn ja und du du hast sich die hat hergefangen ist hier noch was du bist du hast du das war wohnen selbst wie fast gebäht wurde schon ein lizenz kreativ kommen seitens mit quellenangabe wiederverwendung erlaubt oh mein gott angst jung hat schon ein bisschen angst das stimmt angst zum uns von uns geht den halten und so spieler 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 machen in den t-bus sind spieler 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 kuchen in t-bus ok also fangen wir mal kreis mehr wenn ich zahle und die stoffe besiegen gab hast du wirklich scheiße naja ist viel wasser wasser schon gehen zu und ist einfach besser wie ein dicker jung naja geht das wasser wie ein heber und du magst das zu wasser auf was wie den maschischen haftischen schmachtischen coolen unbeschlagbaren sexieren die kater ist auch immer bei der modem die kundige 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 kund Weißt du, ich kann keine Erinnerung gehen, Ticko? Ah ja, süß! Fass dich doch fast verkauft, dein Körper hier. Was soll das süßt wär, Mann? Geh wasch. Verarsch den anderen. Nur sieh mal. Leute, mal zwei Herzen aufzuhören und so. Ah, zwei Herzen? Bei mir sind ungefähr 50 Herzen. Man, das ist doch kein Herzen. Das ist schon ein sieben. Und du sagst... Ja, oder sagst du, dass du 50 wohl mehr Herzen wirst? Und du nimmst schon die selben Herzen wie du. Ist du sicher? Ja, ja. Ich weiß nicht, wie sicher, Mann. Keine ist sicher mit dem Scheiß. Das ist was man kann machen, gegen Tenas... Ja, ne, kann man nur von ihm waschen. Das ist ja so, weil ich sagen, was höchst du. Aber was muss ich nur machen? Hä, so ist... Ja, genau, was willst du viel Scheiß? Was? Was? Ja, guck, das ist YouTube. Nee. Ich guck, Stream, Junge. Ich guck, ich guck hier YouTube. Ich spiel grad nicht mehr. Das ist ja so. Jungs, sag, heute nicht mehr. Ich guck hier. 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 geht das einfach nicht so schon traurig, gell? hä, wohin? endlich gelost, weiß ich nicht davon vielleicht, da war wahrscheinlich 50 gesagt, du musst blöd sein, pege heuer, man wir sind ja physisch ach, guck doch nur, nur äh, außerhalb von, ähm, was du, wie ich weiß nicht, wir sind nur nur du blöd sein ne, was ist halt auch krän, da warst du wirklich scheiß hä, du warst scheiß guck doch schon ich höll doch einfach fort, jungen dann bringe ich das, ja, easy, jungen wir lassen das spiel ja, okay, sorry, dass du waffst von mir her, das ist wie ich scheiß Hacker, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht und gewonnen und gewonnen, du bist ein bisschen ja mhm, 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 mhm das ist nur ungefähr man schies creier öiron ich schies öhh wir dass ein und Die Pro Oh ja man, so wie mein Profin bleibt Wie machst du den Ganonstunnerfluch? Gewohn Wie machst du den Wind? Vielen Dank. 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 Mario. Okay. 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 du hast es ein bisschen ausdauer gespielt ich finde es ist eine danke von ihm gehittet weil es einfach so easy war finde ich still cute als ob die menschheit der musik spielt jetzt sind die froh und durchschrieben von deutsch die sind die froh was und ich ein wie ich 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 oh Okay. 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 Okay.